Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir unter anderem über die aktuell hinter den Kulissen laufende Vorbereitung vor einem möglichen Black- oder Brown-Out in den nächsten Monaten. Denn inzwischen ergreift selbst die Regierung immer mehr Maßnahmen, um sich auf großflächige Stromabschaltungen vorzubereiten. So wird aktuell sogar über Bargeldbeschränkungen nachgedacht, um Bestände für eine mögliche Stromabschaltung aufzubauen. Wenn ihr erfahren wollt, auf was sich die Regierung vorbereitet und mit was auch wir rechnen sollten, dann bleibt unbedingt dran. Schaut man sich derzeit Prognosen zu möglichen großflächigen Blackouts in den kommenden Monaten an, so werden vermutlich die meisten dieses Szenario als eher unwahrscheinlich einstufen. Doch laut aktuellen Umfragen und Studien rechnen immerhin 40 Prozent der Deutschen mit einem Stromausfall in den nächsten sechs Monaten. Und glaubt man den Medienberichten, so haben seit Beginn der Energiekrise auch immer mehr Behörden begonnen sich mit solch einem Szenario auseinanderzusetzen. Doch hier zugleich noch mehr. Selbst Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey äußerte, dass es vertretbar sei in einer Notlage den Strom in Teilen der Stadt abzuschalten, denn man könne sich ja vorbereiten. So sagte sie beispielsweise bei einem Auftritt in der Talkshow von Markus Lanz folgendes. Zitat. Wenn man dafür an bestimmten Stellen dann mal für zwei Stunden, für drei Stunden angekündigt auf Strom verzichten muss, dann ist das ein Szenario, das vertretbar ist. Aber es ist nicht etwas, das jetzt akut ansteht. Zitat Ende. Auch laut dem Experten Herbert Sauruck sei in Folge der zahlreichen negativen Faktoren die Gefahr eines Blackouts in diesem Winter so hoch wie noch nie zuvor. Schon vor der sich zuspitzenden Gaskrise sorgten schwankende Energieeinspeisungen durch erneuerbare Energien, immer mehr dazu, dass Stromzukäufe aus dem Ausland die Schwankungen hierzulande ausgleichen mussten. Nach neuesten Berichten der Nachrichtenagentur Reuters hat die Regierung nun sogar damit begonnen sich mit der Frage der Bargeldverfügbarkeit während eines Stromausfalls auseinanderzusetzen. Die Mitteilung stützt sich demnach auf Aussagen von Insidern. Ziel soll es sein, dass trotz eines Blackouts die Wirtschaft am Laufen gehalten werden kann und damit möglichst wenig beeinträchtigt wird. So sehen die Pläne beispielsweise vor, dass die Deutsche Bundesbank zusätzliche Cashreserven in Milliardenhöhe aufbaut. Hierfür kann die Regierung die täglichen Bargeldabhebungen an Geldautomaten und Bankschaltern begrenzen, um einer Bargeldknappheit während eines sprunghaften Anstiegs der Nachfrage vorzubeugen. All diese Maßnahmen regen schon zum Nachdenken an. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten berichteten hierzu folgendes. Zitat. An den Planungen sind laut Reuters neben der Deutschen Bundesbank auch die Finanzmarktaufsicht BaFin sowie mehrere Verbände der Finanzindustrie beteiligt. Die Nachrichtenagentur bezieht sich dabei auf Personen, von denen einige unter der Bedingung der Anonymität über die laufenden Planungsgespräche berichteten. Die Notfallplanungen haben durch die angespannte Lage auf dem Energiemarkt durch den Wegfall russischen Gases noch einmal an Intensität gewonnen, so die Insider. Zitat Ende. Wir verlinken euch den kompletten Artikel in der Videobeschreibung. Schon zu Beginn der Corona-Krise im März 2020 gab es einen heftigen Ansturm aufs Bargeld. Denn hierzulande hob man 20 Milliarden Euro mehr von Konten ab als tatsächlich eingezahlt wurden. Und auch wenn die Regierung gerade an allen Schrauben dreht, um eine Bargeld-Obergrenze oder gar Abschaffung durchzusetzen, zeigt eine Studie der Bundesbank, dass die Deutschen nach wie vor rund 60 Prozent ihrer Einkäufe bar bezahlen. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass ein parlamentarischer Bericht schon vor zehn Jahren vor Unzufriedenheit, Chaos und aggressiven Auseinandersetzungen warnte, für den Fall, dass die Bürger bei einem Stromausfall nicht mehr an Bargeld herankämen. Um das zu verhindern soll auch der Transport und die Verteilung von Bargeld während einer solchen Krisensituation besser geregelt werden. Hier sieht man in den aktuellen Plänen eine Schwachstelle, denn der Transport wird von privaten Dienstleistern wie Brinks und Luomis vorgenommen. Im Krisenfall sollen unter anderem Geldtransporte vorrangig mit Treibstoff versorgt werden. Bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten heißt es hierzu weiter. Zitat Es gibt große Schlupflöcher, sagte Andreas Paulig, Geschäftsführer der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste gegenüber Reuters. Gepanzerte Fahrzeuge müssten sich wie alle anderen an den Tankstellen anstellen. Der Verband veranstaltete in der vergangenen Woche ein Treffen mit Vertretern der Bundesbank und der Regierung, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen. Wir müssen uns präventiv mit dem realistischen Szenario eines Stromausfalls auseinandersetzen, so Paulig weiter. Es wäre völlig naiv in einer Zeit wie jetzt nicht darüber zu sprechen. Zitat Ende Laut aktuellen Berichten besteht zudem die große Sorge, dass Lücken bei der Blackout-Vorbereitung sowohl bei Banken aber auch beim Handel bestehen. Denn immerhin setzt der Handel vermehrt auf elektronische Bezahlung und Banken halten laut der deutschen Kreditwirtschaft einen flächendeckenden Stromausfall nach wie vor für unwahrscheinlich. Auch aus diesem Grund gibt es derzeit im Hintergrund Gespräche, damit Banken als kritische Infrastruktur eingestuft werden und sie im Falle einer Stromrationierung bevorzugt behandelt werden. Zum Schluss wollen wir noch einmal schauen, was denn nun die offizielle Empfehlung ist, wie viel Bargeld man tatsächlich für den Notfall zu Hause haben sollte. Das BKK gibt zwar den Hinweis, dass im Fall eines Blackouts auch die Automaten nicht funktionieren und man für den Notfall Bargeld zu Hause haben sollte, nennt aber keine konkreten Summen. Anders sieht es da bei dem österreichischen Zivilschutzverband aus. Dort wird nämlich empfohlen, dass ihr etwa 500 Euro in kleinen Scheinen haben solltet. Die Summe sollte höher ausfallen, wenn viele Personen im Haushalt leben. Darüber hinaus sollte man die Summe auch an den Lebensstandard und die gängigen Ausgaben anpassen. Wichtig ist auf jeden Fall die Bargeldreserve in seinen Plan mit einzubeziehen, um im Notfall Lebensmittel und andere Güter bezahlen zu können. Für den Fall, dass Bargeld nicht mehr die Anerkennung findet wie heute, so sind auch Tauschartikel ein gutes Mittel der Wahl. Doch dazu haben wir bereits ein sehr ausführliches Video gemacht. Wir verlinken euch den Beitrag unten in der Videobeschreibung. Wenn wir an Stromverknappung denken, denken wir natürlich oftmals an einen unerwarteten Blackout. Doch der Experte Herbert Sauruck sieht besonders die Gefahr, dass es zu geplanten Abschaltungen kommen wird. Denn diese gelten als Sicherheitsmaßnahmen, um zu verhindern, dass durch zusätzliche Störungen ein großflächiger Ausfall erfolgt. Wir könnten also darauf zusteuern, dass sogenannte Brownouts die einzige Möglichkeit sind, um das Gesamtsystem zu stabilisieren. Die aktuellen Nachrichten zeigen dabei noch einmal deutlich, wie wichtig es ist, sich auf einem Blackout oder Brownout vorzubereiten. Und wir raten wirklich jedem, das auch zu tun. Für alle, die es noch nicht getan haben, hier nochmal der Hinweis. Bereitet euch und eure Familien auf solche Szenarien unbedingt vor. Alles Wichtige zum Thema Vorsorge findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir verlinken euch dafür sämtliche Videos von uns, sowie auch Links zu allen wichtigen Produkten zur Vorsorge. Nehmt das als Anregung und dann fangt an zu handeln. Und was denkt ihr? Warum wird das Thema Blackout aktuell so heiß diskutiert? Schreibt uns eure Meinung dazu gern in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald. Euer Team von Finance Experience. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020